Spring doch! Meine Fresse! Ich glaube, es ist besser, wenn ich mich hinknie und dann noch auf die andere, auf die rechte Seite von dem Hebel gehe. Dann habe ich nämlich einen Ticken mehr Zeit. Kommt ihr mal mit hier? Kommt mal mit. So, damit die ein bisschen kleiner sind. Okay, jetzt. Wunderbärchen. Okay, da sind zwei Slicks im Hintergrund, das sollte uns aber eigentlich nichts ausmachen. So, ihr kommt mit. Sollte euch nicht interessieren. Ist hier noch einer? Ja. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Vieh heißt. Da geht's auch nicht weiter. Gut, brauchen wir glaube ich einen nächsten Screen. C. Höhöhöhöhö. So, einmal hier aufschrauben. Hier hat sich auch mal einmal die CD aufgehangen bei mir. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber falls ihr das seht, dass ich so blöd wie ich bin irgendwo ein Geheimnis übersehen habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit ich weiß, dass ich das hier nochmal machen darf. Okay, Nummer drei. Oh nein. Das ist richtig kackig. Achtung. Erstens, das Schlafen ohne Hosen ist vorschriftswidrig. Zweitens, das Aufbewahren von Hosen und Uniformen in den Spinden ist vorschriftswidrig. Drittens, zuwiderhandelnde werden erschossen und dann vor das Kriegsgericht gestellt. Und genau in dieser Reihenfolge. General Dripik. Oh no. Ich glaube, wir fangen erstmal mit der linken Seite an, das ist nämlich, glaube ich, einfach. Und direkt schon verkackt. Hilfe! 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 Hart verkackt. Ich habe nämlich gedacht, die werden hier aufgewacht. Aber wir haben ja ein Quick-Safe gemacht. Glaube ich. Sieh. Hilfe! 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 Sehr gut. Vier Stück. Hilfe! Hilfe! Fällt es jetzt aber nicht hier runter, ne? Ich finde doch irgendwie denen ihre Schlafsäcke oder was das auch hier immer ist, finde ich irgendwie voll süß. So. So, den da oben kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr tot. Aber den können wir möglicherweise... ...übernehmen. Übernehmen, nicht übergeben. Ich glaube, hier holen wir uns nur neun. Ja, keine Bewegung. Gut. Tun wir nicht von hier? Natürlich. Sehr schön. Der hat sich selbst getötet. Schön. Guck mal, ob wir hiermit noch irgendwas anrichten können. Jetzt... Hier geht's ja nach oben. Ha! Und ist der Finger oben... ...wird man nicht loben. Scheiße! Aber wir können uns einen neuen holen. Den brauchen wir nämlich auch, weil sonst kommen wir da, glaube ich, nicht wirklich durch. Ist keiner da? Das ist schön. Machen wir erst mal hier, das hier. So. Dann dürfen wir den Hebel ziehen. Moment. Ich guck jedes Mal, ob da, äh, ein Geheimnis ist. Aber es ist hier einfach keins. So, bitte einmal runterkommen. Hilfe! 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 Ich Hier ist nicht durch. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Nee. Fletch! Und da ist, glaube ich, auch ein Geheimnis auf der linken Seite. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine, da wäre eins. Das ist auch, glaube ich, das... Ist das das? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. So, nochmal kurz hier neben gucken. Hier ist nichts. Dann ab nach oben! Na, das wollte ich doch gar nicht. Ach, Mann. Jetzt müssen wir auch noch selbst hier hochklettern. Hier sind übrigens neun Freiwillige. In der Suite A. Können wir mal rüber lünkern. Aber das hier ist auf jeden Fall einfach. Ich hab's schon wieder vermasselt, ne? Ich hab schon wieder in den falschen Dreckshebel gezogen. Es kann doch nicht sein. Ich hab' den falschen Dreckshebel, hab' ich gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab' den falschen Knopf gedrückt. Mann, 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 Mann. Ist genauso, wie er, wenn jemand sagen will, hier Waffe sichern und ich schieße dann erst mal rum. Ratatatatatatatatat! Hilfe! Hilfe! Guide! Mit Fehlern Quadrat ist die richtige Taste. Du willst nicht, oder was? So, A wäre fertig, es fehlt nur B auf der anderen Seite. Man könnte auch wieder da rein. Was kommt jetzt? Das wird ja auch klar, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie wieder falsche Taste drücke. So und dafür ist halt hier oben der Weg zum anderen Bildschirm da, da wird mir die Vögel wiederholen können. So. So. Kommen wir jetzt nach oben? Ach, da rechts. Gar nicht gesehen. Bevor ich mich noch hier in mein Verderben... Warum ist denn CD nicht offen? Muss ich das doch oben aufmachen? Was? 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 Vielen Dank.